nicht der kommt auf dem hügel hoch hat dich gesehen aber bleibt hier ja was löst noch rum ja aber nicht rumlaufen dass er dich sieht da kommt erst recht ich weiß nicht wo er ist der steht direkt hinterm heuballen und guck in deine Richtung. Ja, ja, der hat den gehört. Ich seh den nicht, wo der ist. Da steht er hinter dem... Von hier aus kannst du ihn sehen, wenn du über den... Ah, über den Heubahn guckst. Kannst du's sehen? Ja, ich hab schon gesehen. Wo, Alter? Du kannst nicht... Ah, jetzt, Alter. Ich seh grad aus vor dir, bissl links noch. Okay. Nur weil der Sound mal keine Pöller benutzt hat, Alter. Er campt wieder. Jetzt steht da im Eck vor den Jungle Jim da. Ja, ja. Ich hab's vergessen. Du könntest versuchen, evtl. mich im letzten... im allerletzten Moment abzuholen. Ey, dann hat er mich. Ich hab's vergessen, Alter. Wird nix. Ich hab zuvor noch, bis du da vorne kommst. Ah, du siehst nur büßen, Sankmann. Dass du deine Pöller nicht benutzt hast. Ja, ja. Er sickt. Er sickt auf dem Kern. Jetzt geht er weg. Ja, ja. Ja, ich höch, ich höch. Weckiger Spass da. Ja. Ja, hat er. Tschüss. Die Assis im Schrank. Wieder aufgehoben. Assment, Lette. Ja, die Assis als Schlagmacht. Ja, die Assis als Schlagmacht. Ja, nicht stehen. Du musst dich geduckt da stehen. Nicht... Oh, Mann. Nee, er hat kein... Ja, das war zu spät, die Pöller. Ja. Oh, okay. Steven kriegt auch noch. Woooo! Und Spring Burst! Ah! Ja, sie hält ihn schnell! Ach, hast du aufgegangen? Er verfolgt Steven jetzt. Komplett. Jetzt bei der Palette. Ich hab das nur Ding gefunden! Wow! Mach hast du das weg! Nicht zum Sand mal auf! Was machst du? Totem ist auf 50. Auf... 70. 80. 90. Und ist tot. Totem. Ja! Er hält da! Ah, zu früh! Der war geblendet! Der war zu früh! Nein, der war geblendet! Doch, ich hab's gesehen, was... Ihr könnt Haken blocken, okay? Ich will ihn da blocken! Ah, aussehen! Beim Mausgang! Ja! Ja, sie! Ja! Und raus mit euch! Easy, Alter! D-Back den auch, der Lungenzahn! Nice! Wirklicher Bastard! Easy Snack! Ja, aber es liegt nur daran, dass noch das Totem gefunden wurde, ne? Es hat immer echt die Arschkarte gehackt! Der Name schon, ne? Just Camper. Kommt gleich mal auf die Bocke. Wir sehen ja, also. Pechnerimiskeboot. Hey, warte mal! Kann ich die Kommentare hinterlassen? Hier we go! Schau mal, diese Kommentare an alle 41 Zeiten! Da steht wahrscheinlich immer das Gleiche! Und alle nur Minus! Die Russen schreiben auch Minus rein! Ja, da oben, oben schon seine Beschreibung hier! Nice! Behinderte steckt Dreck! Er hat... Er hat nur Glück gehabt, dass ich Slow-Wall durchs Fenster gemacht hab, weil das Games ver... Ja, aber das sind ja nicht. Wenn der Zack das wird,